Gude und Willkommen beim Vespa Wub. Ja, straight aus Reichelsheim auf einer kleinen Afterwork-Tour heute. Einfach nach Feierabend wieder ein bisschen Vespa fahren, babbeln und genießen. Ja, und heute hoffe ich dann auch, dass die Filmaufnahmen besser übertragen werden zu YouTube als beim letzten Video. Also da nochmal ein großes Sorry. Das war am Anfang, das letzte Video, von der Qualität her nicht sehr gut. Ich weiß nicht, was passiert ist beim Upload, weil wenn man sich das Video jetzt anschaut, ist es deutlich besser. Ja, nicht perfekt, aber besser. Ich habe jetzt nochmal alle Einstellungen durchgeguckt bei mir, woran das gelegen haben könnte. Also ich filme ja hier mit der GoPro auf 4K. Habe jetzt aber gesehen, dass ich im Schnittprogramm nochmal so einige Einstellungen verbessern kann, was ich jetzt auch gemacht habe. Ja, und dann sollte das jetzt auch wieder ein gestochen scharfes Bild geben. Wenn nicht YouTube das wieder komplett zusammen komprimiert beim Hochladen. Aber wir hoffen mal das Beste. So, jetzt gibt es ein langes Stück Landstraße. Und danach kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich wollte ja mal so ein bisschen drüber babbeln, warum dieser alte Sack hier eigentlich auf einer Vespa sitzt. Ja, aber dazu dann gleich nach der Landstraße und ein bisschen Musik. So, willkommen in Florstadt. Das war jetzt aber wirklich eine kühle Überlandfahrt. Ich meine, wir haben Mitte Oktober geschmeidige 10 Grad, aber immerhin Sonnenschein. Ja, aber die Saison neigt sich dann doch langsam dem Ende zu. Ja, aber was ich erzählen wollte, warum Vespa, warum Vespa-Bub? Ich meine, ich könnte ja mit meiner B100, wie heißt das Ding, 125, 126, naja, ihr wisst schon, diese Erweiterung vom Autoführerschein. Ich meine, ich könnte ja auch andere Dinge fahren. Ich könnte eine Honda Forza fahren, ich könnte irgendwas ganz anderes fahren, was kein Roller ist. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber nee, nee, es musste eine Vespa sein. Das war mir eigentlich schon klar, wie ich den Führerschein gemacht habe. Ja, weil der Vespa-Virus, das fing bei mir schon relativ früh an, da gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Wie gesagt, ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Gehen wir mal zurück in die 80er. Ja, Sturm und Drangzeit des Vespa-Buben. Ja, als ich so 15, 16 war, wurde man ja so langsam motorisiert auf dem Dorf, ging ja nie anders da. Und ja, ich war fleißig mit einem Mofa unterwegs, habe dann irgendwann mal so die ersten Berührungspunkte gehabt mit einer Vespa. Und als ich die gesehen habe, ich wollte sofort eine haben. Ja, ich war sofort hin und weg, war fasziniert von der Linienführung und allem. Und auch dem Design. Nein, ich meine so in den 80ern, da hat man die Wespen auch noch sehr wild umbauen können. Ich glaube, damit käme man heute gar nicht mehr durch den TÜV. Ich blende euch mal unten ein Video in die Videobeschreibung, schreibe ich mal mit rein. Ja, fahr mal raus. Da könnt ihr dann mal schauen, wie das so ausgesehen hat früher. Ja, aber wie gesagt, da... Wollte ich schon eine Vespa haben, habe mich dann so ein bisschen umgeguckt. Dadurch, dass ich ja mit dem Mofa unterwegs war, war eine 50er für mich überhaupt keine Option. Lieber Schutzmann, hör mal weg. 50 habe ich auch locker mit dem Mofa hingekriegt. Und daher hätte es eigentlich dann eine 80er sein müssen, so wie das früher so schön hieß. Eine 80er muss es sein. Ja, das wäre ja dann so diese PX80 gewesen. Aber, also das war ja damals schon vom Preis her utopisch. Führerschein, Versicherung noch dazu. Also das wäre nicht bezahlbar gewesen damals für mich, so als 16-Jähriger. Ja, und so blieb es dann beim kleinen Mofa. Ja, und der Traum wurde so ein bisschen nach hinten geschoben. Und der Traum geriet dann so im Laufe des Lebens auch in Vergessenheit, möchte ich sagen. Ja, natürlich, wenn ich mal eine Vespa gesehen habe, dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Gerade auch so diese ganz alten noch. Ja, aber es kam dann so erst mal das Leben dazwischen. Ja, natürlich, ich hätte auch mit 18 dann neben dem Autoführerschein auch den Motorradführerschein machen können. Aber da sage ich mal so, bin ich ganz froh, dass ich damals das Geld nicht für hatte, weil mit dem Verstand von 18 wollte ich kein Motorrad fahren. Ja, und so blieb es dann bei jahrzehntelangem Autofahren. Wie gesagt, ein Motorrad hat mich nie interessiert, auch nicht der Führerschein zu machen. Ich habe da auch gar nicht so weit gedacht, dass man dann vielleicht hätte mal Vespa fahren können. Aber wie gesagt, das Leben schrieb erst mal andere Geschichten. Man gründet eine Familie und so weiter. Und da war dieses Thema ganz weit weg. Ja, aber wie kam es dann jetzt doch zur Vespa? Ja, ich würde sagen, ich bin ein YouTube-Opfer. Ich habe letztes Jahr Sommer vielleicht, Frühjahr Sommer, ja. Habe ich auf YouTube geschaut, eine Reportage mir angeschaut. Das Ding hieß einfach Führerscheinerweiterung oder irgend so was. Und habe mich neugierig gemacht, habe ich mal reingeguckt. Und ja, da ging es genau um die B196-Erweiterung, wie das jemand gemacht hat. Ja, so weit ganz gut, ganz interessant. Aber das Fatale an der ganzen Sache war, der Typ hat sich danach eine Vespa gekauft. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was dann in meinem Hirn los war. Da hat es wieder Klick gemacht und der alte Traum war wieder da. Und die Möglichkeit, Vespa zu fahren, ohne jetzt nochmal einen riesen Führerschein machen zu müssen. Weil, wie gesagt, 50er kommt für mich nicht in Frage. Ich meine, ich wohne hier auf dem Land. Ich muss andern über irgendwelche Landstraßen. Und das will ich dann auch nicht mit 45 machen. Da macht nicht viel Spaß und finde ich auch sehr gefährlich. Und ja, wie gesagt, Führerscheinprüfung, nee, da habe ich keine Lust mehr zu. Also da mich nochmal hinzusetzen und zu lernen und so weiter. Also ich würde mir das zutrauen. Aber A, es ist die Zeit, die ich nicht habe. Und dann natürlich hätte das auch massiv mehr Geld gekostet als jetzt diese Erweiterung. Und ja, so habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht. Was kostet denn so eine Führerscheinerweiterung? Und da ist man ja wirklich mit 700 Euro war ich da dabei. Und ja, war natürlich klar, was ich fahren will. Ich will eine Vespa haben. Ja, also auf zum nächsten Vespa-Händler und mal gucken, was es so an Wespen gibt. Und ja, als ich da reinkam und sah die Wespen dort in einer Reihe stehen, ja, schockverliebt, so wie als 16-Jähriger. Weil es sieht ja noch wirklich fast genauso aus wie früher. Die klassischen Linien sind alle noch komplett da. Nur eine moderne Technik drunter. Und ja, da war mir klar, muss ich haben. Muss ich haben, unbedingt. Naja, okay. Blick aufs Preisschild machte dieses Muss ich haben doch erstmal zu einem kleinen Schockerlebnis. Das war doch um einiges teurer, als ich dachte. Da musste ich nochmal so ein paar Ersparnisse dann doch zusammenkratzen. Aber ich würde sagen, das hat sich gelohnt, oder? So schön. So schön. Ja gut, also meine Frau ist ja immer noch der Meinung bei diesem Thema, ich bin von der Pubertät direkt in die Midlife-Crisis reingeschlittert. Aber naja, kann man ja auch nicht übel nehmen. Und für mich ist das einfach, um die Story kurz zu machen, einfach die Erfüllung eines Jugendtraums. Und ich meine, ihr habt jetzt ja schon einige Touren miterleben dürfen und sicherlich gemerkt, wie viel Spaß mir das Fahren hier macht. Und das ist es auch für mich. Also Vespa fahren ist für mich wirklich ein Spaß, ein wunderbares Hobby geworden. Was ich auch jetzt nach so einem Jahr, also so ungefähr, ja ein bisschen mehr als ein Jahr fahre ich jetzt. Auch immer noch sehr, sehr genieße. Ja, ich bin auch froh, dass es die GTS geworden ist. Ich hatte ja auch an der Primavera überlegt. Aber ja, wollte ich die PS-Zahl komplett ausnutzen, die ich erfahren darf. Und mir gefällt bei der GTS auch einfach dieses etwas wuchtigere Erscheinungsbild. Was mir definitiv nicht gefällt, sind die Temperaturen. Also das zieht schon ein bisschen durch hier. Aber macht nichts. Noch geht's. Aber da wird die gute Franzi auch bald in den Winterschlaf gehen. Ja, sie braucht ihren Winterschlaf. Genauso wie ich die Wärme beim Fahren brauche. Also sind wir uns da einig. So, spätestens ab November steht dieses Hobby dann mal still. Ja, und warum ist genau diese Vespa hier geworden? Ich glaube, das habe ich schon in einem Video erzählt. Ich habe ja genau gekauft zum Modellwechsel von Piaggio. Also da kamen ja gerade die 2023er Modelle wurden vorgestellt. Aber mein Händler konnte mir A keine Lieferzeiten nennen. Wann er denn dann welche zur Verfügung hat und welche er dann zur Verfügung hat. Und das Einzige, was er mir sagen konnte, ist, dass die nochmal um einiges teurer werden. Und da war das für mich klar, dass ich gucke, ob ich noch ein 2022er Modell bekomme. Und er hatte noch genau 225er dastehen. Eine mattgraue. Ja, und Franzi hier in dem schönen glänzenden Grau mit dem vielen Chrom. Und das war ja genau das, was ich haben wollte. Eine klassische Vespa. Und zu einer klassischen Vespa gehört für mich einfach dieser Chrom dazu. Und ja, so habe ich dann auch noch das Modell gekauft. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade finde bei der neuen, ist ja das etwas bessere Fahrwerk drin. Ich glaube, das würde in der Vespa ganz gut stehen hier. Weil ich finde sie doch manchmal ein bisschen holprig vom Fahren. Ja, und aus diesem Grund ist es dieses 2022er Modell noch geworden. Genau gekauft zum Modellwechsel. Aber ich würde sagen, da habe ich nochmal so einige hundert Euro gespart. Und wie gesagt, bis auf die Federung bereue ich das nicht. Also Kiel ist und was da noch dazu gekommen ist, das hat mich jetzt alles nicht gereizt, da erwarten zu müssen. Ja, und so ging die Geschichte los, dass ich mit knapp 50 dann auf einmal Vespa-Fahrer wurde. Ja, und so wird jetzt meine erste richtige Saison zu Ende gehen. Ich meine, sie war ja zweimal länger unterbrochen gewesen. Einmal durch die sechswöchige Radreise und dann nochmal durch meine Krankheit. Aber auch nochmal über einen Monat. Also daher gar nicht so viele Touren gemacht. Aber trotzdem viel Spaß gehabt. Es wird ja auch langsam stressig mit den Feierabend-Touren. Also wenn man da nicht pünktlich Feierabend macht. Es wird jetzt ja doch schon früher dunkel. Und kalt. Dann braucht man auch nicht mehr fahren. Also wenn ich erst um fünf Feierabend habe, bis ich dann so weit wäre, wäre halb sechs. Da brauche ich dann auch nicht mehr losfahren. Und so muss man die Zeit nutzen, wenn man mal Frühfeierabend hat. So wie heute. Um nochmal Vespa zu fahren. Oder sich hinten am Stau anzustellen. Ja, da sind noch ein paar Motorradfahrer unterwegs. Ich befinde mich jetzt hier auf meiner Ehrenrunde durch Echtzell. Ehrenrunde deswegen. Ich drehe jetzt gleich hier einmal bei. Und dann geht es wieder Richtung zu Hause. Was aber an den Temperaturen liegt. Weil so bei 10 Grad möchte ich jetzt keine großen Touren mehr fahren. Ja, da bin ich doch ein bisschen kälteempfindlich. Wer da nochmal mit mir mitleiden möchte, kann sich ja nochmal die Inspektionsvideos angucken. Von Anfang des Jahres. Da bin ich bei, ich glaube das waren 5 Grad. Bin ich dann zum Händler gefahren. Und habe ein bisschen gelitten. An dieser Stelle verabschiede ich mich von dir. Sage vielen, vielen Dank fürs Mitfahren, fürs Anschauen dieses Videos. Wenn dir dieses Video jetzt zu kurz war und du noch Lust hast auf weitere Vespa-Touren mit mir. Ich blende im Abspann noch ein Video ein. Da kannst du nochmal mit mir und mit Franzi auf Tour gehen. Und dann sage ich jetzt Ciao und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. udge